und ja jetzt sind wir hier wieder im übrigen spiel und ja ich denke ich kann noch mal aufstand der föderation beginnen und diesmal wie ihr hört es immer die bösen guten wie auch immer die roboter auf jeden fall und zuerst geht mal daher hergestellt das finde ich schon mal gut weil so ein sniper kann man immer gebrauchen jetzt aber ja also ich greife jetzt schon an dafür habt ihr keine einheiten so oh ja oh ja polis massa nach stimmt den wollte ich mir immer merken habe ich aber nie getan geht als droide hier rein ach ja die blasterwaffen wurden ausgerüstet aufgerüstet 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 vielleicht mal mehrere ersicht das ist natürlich dann genial so jetzt geht es ja erst mal mit erst mal mit vereinter drüben kauer nach vorne ich brauche auch ein bisschen leben natürlich immer praktisch ist wo wo sowas super zu haben ach den gehör ich zu dem superkampf zu reden oder was ich glaube nicht ist ja egal na ich muss nachladen ach komm schon das leben wollte ich auch das leben wollte ich auch oh mann dieser krieg haben ja gar keinen durchschlag zu haben so leute ich gehe jetzt mal kurz zu dem hier da ich das elite gewehr habe und jetzt drei auf einmal abfeuern kann nacheinander ach ja das ist lustig da unten wenn ihr das mal seht guck mal jetzt habe ich die anzeige für den hier mit dem dreier schuss und jetzt habe ich gar nichts das heißt ich schließe mit nichts das haben sie irgendwie habe ich schon bemerkt das ist wohl ein kleiner bug ähm ja der wird dann wahrscheinlich in irgendeinem update behoben worden sein ich habe doch gerade erst mein leben aufgeladen und was haben die mich denn da erwischt ok dann geht es jetzt los das ist eher mal schluss mit lustig würde ich sagen und da hat es ein drogen zerlegt und mich auch na gut ich stürme auch mit mehr und den Leuten da rein ähm ok jetzt müssen wir uns neben dir verteidigen das ist ja echt fies die schließe man ja auch echt mit mehreren mann die schluss hier wieder rein die sind stark mit ihren äh viele Blaster aufgerüttet deswegen sind die so extrem stark das ist natürlich echt ätzend dann muss ich wahrscheinlich mit dem hier mal probieren ob ich da durchkomme ok das wirkt wie eine Schrotflinte würde ich mal sagen ja das wirkt sehr gut wie eine Schrotflinte ja das wirkt sehr gut wie eine Schrotflinte oh da habe ich dann endlich das ist ja mal das ist ja auch mal klasse aber die überhitzt sehr schnell so war das weil mehrfach Feuer überhitzt die Waffe alles klar jetzt habe ich hier so ein relativ sicheren Stand mit dem ach echt ich bin ja jetzt nur zum vierten mal gestorben oder so von daher einen Klon-Droid will ich nicht machen den habe ich erledigt durch den Dreifachschuss mal mit dem die Problemkinder ach verdammt so ok jetzt dürft ihr 4 zu 75 ich weiß ja nicht aber ich scheine irgendwie ein schwacher Droid zu sein jedes Mal das schlechteste Modell oder so mit Fehlern ähm ok da oben läuft einer rum komm mal her runter hopp da uah dramatische Musik stört doch ok ich glaube die Granate hing an mir das heißt äh ich bin halt direkt gestorben also das ist jetzt mit den Punkten ähm nicht so grad der Renner ach Punkte Abschüsse ist nicht grad äh besonders gut im Moment gut jetzt geht's auf zum letzten Posten von denen und da kann ja nicht mehr viel sein wenn da sich nur noch einer versteckt ja wahrscheinlich draußen in einem Fahrzeug durch die Gegend gurkt so jetzt geht's mal ein bisschen schneller hier hoch feindliche Verstärkung wird weniger ok das Auto äh das Fahrzeug ist nicht da hier wird er auch nicht sagt ah ja wir haben wir haben ähm ähm gut das ist die erste Schlacht gewesen ähm ja die erste Schlacht hier im äh 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 Aufstand der Föderation mit 37 zu 5 was einfach nur grauenhaft ist als Statistik vor allem weil ich normal diese Stage also diese Karte Map wie auch immer liebe ja ist ein bisschen blöd gelaufen im Moment würde ich sagen hehehehe ja und ähm ja dann speichere ich mal und dann würde ich sagen ja wir haben Credits bekommen so ein bisschen ja gut ich hab's jetzt ähm die erste Schlacht überstanden relativ gut mit meinem Team aber selbst scheiß Ergebnis und naja jetzt sag ich einfach bis zum nächsten Mal bei Aufstand der Föderation und Star Wars Battlefront 2 bis dann